Ninjas sind wohl die coolsten Krieger die es gibt, super geheimes Special Moves und lautloses Killingen gehört zu ihrem Repertoire und um genau jene Krieger geht es im Masashi Kishimoto's Manga Naruto. 1999 erschien Naruto im Weekly Show und Jump Magazine des Shueisha Verlages und begeisterte weltweit die Massen. Momentan ist er der 4th erfolgreichste Manga aller Zeiten mit über 220 Millionen verkauften Kopien. Die Story steht dabei im Mittelpunkt und dreht sich um den jungen Ninja Anwärter Naruto Uzumaki, ein wahrlich freches Kind welcher von den Bewohnern seines Dorfes Konoha Gakure aber gemieden wird, denn in ihm schlummert der Geist des neunschwänzigen Fuchses, welches paar Jahre zuvor das Dorf fast völlig zerstörte. Aufgehalten wurde der Kyuubi wie man ihn nennt vom Herrscher über des Dorfes dem sogenannten Hokage. Dieser opferte sein Leben und das seine Frau um das Dorf und auch ihr Kind zu retten, dieses Kind war Naruto. Ohne Eltern aufwachsend ist es verständlich wieso Naruto ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat und immer scheiße baut um von den anderen gesehen zu werden. Sein einzigster Wunsch? Naruto möchte Hokage werden, damit alle zu ihm aufsehen und ihn bemerken. Dies ganze gestaltet sich sichtlich schwer, denn immerhin muss er erstmal die Ninja Schule abschließen und lernen ist nunmal nicht Narutos Stärke. Als die Story voranschreitet wird er in ein Team gesteckt, bestehend aus Kakashi Hatake, einem erfahrenen Ninja und dem Leader der Gruppe. Sasuke Ushia, einem Genie was die Ninja Kunst angeht, welche aus dem berüchtigten Ushia Clan stammt, die bekannt sind für ihre überaus starke Augentechnik, das Sharingan. Doch Sasuke hat ein dunkles Verlangen, er möchte seinen Bruder töten, welcher seinen gesamten Clan auslöschte. Und zu guter letzt haben wir dennoch Sakura Haruno, eine Kunoshi, also ein weiblicher Ninja, welche unheimlich in Sasuke verliebt ist, gleichzeitig ist sie aber auch der Love Interest für Naruto, na dieses Team kann ja nur schief gehen. Zusammen erleben sie eine große Anzahl an Abenteuern, bis irgendwann der große Plot Twist eintritt und Sasuke das Dorf verlässt, um sich Orochimaru einem abtrünnigen Ninja anzuschließen, um seinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Doch das ist noch lang nicht alles, eine weitere böse Organisation sucht nach dem Geist des neunschwänzigen Fuchses und 8 weiteren Geistern, um mit ihnen die Welt zu erobern. Zu jener Organisation gehört auch Sasukes Bruder. Das ganze ist dann gefolgt von einem Timeskip, wo wir dann 2 Jahre später die etwas erwachseneren Charaktere vorfinden und die Story schreitet voran, mit vielen neuen Plot Twists. Doch hier in Naruto Shippuden wie es nach dem Timeskip heißt, zieht sich das ganze und wird irgendwie kurios. Man weiß nicht mehr wirklich wer der Gute und wer Böse ist, um dann in einen alles entscheidenden Kampf zu gehen mit jemanden, den wir vorher nie gesehen oder gehört haben. Die Story begann wirklich stark. Es waren viele tiefe Emotionen versteckt und war immer spannend. Doch mit zu vielen Antagonisten, Verstrickungen und Verwirrungen verlässt sich die Grundstruktur der Story leider und das Pacing stimmt vorne und hinten nicht mehr. Charaktere werden einfach abgefrühstückt und der Tiefgang der Serie geht etwas verloren. Ich fand zwar dennoch den letzten Arc von Naruto nicht das tragischste der Manga Geschichte, aber leider konnte die zweite Halbzeit von Naruto nicht mit dem Anfang der Serie mithalten, was sehr sehr schade ist. Denn viel Potential bot sich noch, Charaktere auf die man tiefer hätte eingehen können, Story Stränge die man hätte besser aufgreifen können und vor allem mal ein Cleanup der Antagonisten. Hier mal eine kleine Spoiler Warnung für das Ende von Naruto. Zuerst wird Orochimaru als Antagonist vorgestellt als abtrünniger Ninja, dann Sasuke als dieser flüchtete und eine Puppe Orochimarus werden sollte. Doch dann wurde Orochimaru letzten Endes eine Puppe von Sasuke. Dann kommt die Geheimorganisation Akatsuki wo wir Pain gegenüber treten, der dann als noch mächtiger Antagonist vorgestellt wird. Doch dann erfahren wir, dass Pain oder auch Yahiko wie er eigentlich heißt, nur eine Puppe ist und eigentlich schon tot ist, denn hinter ihm steckt sein Jugendfreund Nagato. Doch auch dieser ist wiederum nur eine Puppe und zwar für den eigentlichen Anführer von Akatsuki und zwar Tobi bzw Obito Oshia wie er in echt heißt. Dieser ist der ehemals beste Freund und Teamkamerad von Kakashi. Doch es wäre nicht Naruto wenn nicht auch Obito nur eine Puppe wäre und zwar für niemand geringeres als Madara Oshia, dem stärksten Oshia den es jemals gab, der sich seit ewigen Zeiten irgendwie am Leben erhält um Rache an Konoha Gakure zu nehmen. Er erlangt seine alten Kräfte zurück und noch mehr um dann nur als Puppe für die nette Dame zu enden welche das Chakra also die Kraft der Ninjas erfunden hat. Diese wird dann relativ schnell abgehandelt und damit ist Naruto zu Ende. Also Story technisch hätte das ganze wirklich anders laufen können. Technisch gesehen ist Naruto ein sehr schön anzuschauender Manga. Masashi Kishimoto hat wirklich einige unfassbar schöne Panels gezeichnet und dies hilft auch gut dabei die Stimmung weiter oben zu halten, auch wenn gegen Ende die Story wirklich den Boden unter den Füßen verliert. Dennoch muss ich sagen hat mir den Manga sehr gut gefallen, auch mit dem Wissen das ich jetzt habe über das Ende von Naruto, würde ich jedem dazu raten diesen Manga zu lesen. Es hält wirklich viel Spannung, gute Charaktere und extrem geile Kämpfe, aber ihr müsst einfach leidensfähig sein gegen Ende. Ich hoffe dieses kleine Review hat euch gefallen, wenn ja lasst mir doch einen Daumen nach oben da und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, drückt einfach auf den Abo Button. Bis dahin wünsche ich euch viel Spass und haut rein. Ciao.